So, hi Dio, meine Hübschen, herzlich willkommen zu einem neuen Guide bzw. Bild, denn viele von euch haben gefragt nach meinem letzten Wirbelwind-Video, kreikst du, wie sieht's aus, der ist mir zu kompliziert, hast du nicht was Einfacheres, was Schöneres, was Effizienteres und ja, hab ich. Was sonst? Ich hab da schnell noch zusammengestellt, man muss sagen, ich hab wirklich jetzt ein bisschen geguckt, wie war das Ganze umsetzen, denn der Charm vom eigentlichen Wirbelwind damals zu alten Zeiten war eigentlich, ja, no brain. Das heißt, brain AFK einfach mal schön durchwämsen, ohne irgendwas beachten zu müssen, einfach nur Tasten drücken, ohne auf irgendwas zu gucken und das hab ich versucht wieder einzubauen, umzusetzen und ich muss sagen, es ist mir relativ gut gelungen. Man kann kein Qualstufe 13 damit farmen, ist klar, ne, weil es geht einfach derzeit vom Equipment her nicht, beziehungsweise von den Möglichkeiten, da muss man einfach warten, ob da noch was kommt in Zukunft, aber was ihr machen könnt, Qualstufe 10 nonstop durch, ohne Probleme von 1-2 Minuten und Qualstufe 11 bis 12 sollte auch noch möglich sein, hab ich jetzt nicht probiert, weil das dauert dann natürlich einfach zu lange. Der Bild ist jetzt einfach auf Geschwindigkeit ausgelegt und Schaden. Dementsprechend müssen wir gucken, dass man da wirklich guckt, dass man Qualstufe nimmt, die man, ja, easy peasy durchrushen kann, wo alles One-Hit ist und das ist bei mir jetzt quasi schon für 10 bis 11 ungefähr, da ist halt Elite-Gegner auch relativ schnell down in einem von 1-2 Sekunden und darauf kommt es halt an, auf die Geschwindigkeit, auf die Effizienz. So, wie gesagt, vom Bild her an sich, hab ich den jetzt so gestaltet, wie ihr hier seht, ihr habt keine, äh, anderen Skills, äh, zum Wutverbrauch, sondern ihr habt wirklich nur als Schadensausteiler Wirbelwind. Der Rest, den wir drin haben, sind im 3, ne Buffs, das heißt, wir haben hier Drohruf, wir haben hier Sprint, wir haben, äh, Kriegsschrei, wir haben natürlich Zorn des Berserkers für die, äh, Guardians und wir haben Kampfrausch drinne. Und ansonsten haben wir hier wirklich nur noch, äh, Wirbelwind für den Damage und das sieht relativ langsam aus, ne, gestehe ich ein, lass uns das Ganze doch gleich mal, äh, testen, wie schnell wir effektiv sind. Man muss dabei sagen, das Ganze ist, äh, oder das Ganze hab ich so ausgelegt, ihr könnt damit, äh, ganz normal eine Neffeland-Portale farmen und ihr könnt aber auch, äh, Grifts, also große Neffeland-Portale farmen bis zu Stufe 50, 55 ungefähr, um da Steine sehr, sehr schnell aufzuleveln. Also auch daran hab ich gedacht, da müssen wir halt nur ein, zwei Anpassungen vornehmen, aber dazu kommen wir gleich. Wie ist das Ganze aufgebaut? Ihr seht es hier schon natürlich auf Basis des Ödlands-Set in Kombination mit der Schilanix-Kette. Die Anwendung von Kriegsschrei erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit und die eurer Verbündeten um 10 Sekunden lang um 32%. Ist in unserem Fall die 3 normal, ne, wir sehen, wir laufen normal. Jetzt drücke ich einmal die 3 und schon sind wir etwas schneller. Ne? Dann haben wir hier, äh, Raufbold-Armsteen, Gegner, die zurückgestoßen werden, allein nach dem Land 5 Sekunden lang um 27% erhöhten Scharen. In Kombination mit der Rune Orkan, in dem Fall, ich lese kurz vor, zieht Gegnern bis zu 35 Metern Entfernung zu euch heran, während Wirbelwind aktiv ist. Ähm, in Kombination mit den Raufbold-Armsteen, das zählt ebenfalls dazu. Das heißt, hier steht zurückgestoßen in dem Afix, er zählt aber auch das Heranziehen von der Rune. Das heißt, wir machen permanent 27%, bis zu 30% ist maximal möglich, äh, 27% machen wir dauerhaft mehr Scharen. Sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, einfach um den Scharen auszureizen. Dazu haben wir hier Obsidian, Ring des Tierkreises, reduziert die verbleibende Abklingzeit einer eurer Fertigkeiten um eine Sekunde, äh, wenn ein ressourcenverbrauchender Angriff ein Gegner trifft. So, wir haben in unserem Fall nur den Wirbelwind, das heißt, immer wenn Wirbelwind zünden, werden die Cooldowns zurückgesetzt. Ist halt ein sehr netter Effekt. Dazu kommt Ring, äh, ja, Ring des königlichen Prunks, einfach aus dem Grund, dass wir hier, ähm, ja, die Hexenose von Herrn Jan nutzen. Zwei, vier, fünf Teile haben wir an, den sechsten kriegen wir durch den Prunkring, das heißt, wir können hier noch die, äh, Hexenose mit nutzen. In Bewegung sind eure Ressourcen erzeugen und euer Scharen um 25% erhöht, wenn wir stillstehen, sind sie um jeweils 24% reduziert. Im Ernst, wann stehen wir als Wirbelwind mal still? Ja, wir sind ständig in Bewegung, dementsprechend nutzen wir das natürlich auch. Dann habe ich hier, äh, Höllenfeier-Amulett, hier muss man sagen, ideal wäre natürlich jetzt noch ein schöner, ähm, ja, Kältescharen-Bonus drauf, also Element Kälte, wie auch hier auf den Arm schien, bitte drauf achten. Habe ich leider nicht, aber man kann natürlich hier mit der, äh, fünften Passive noch ein bisschen was reißen. Ich habe in meinem Fall jetzt Raufbold auf die, äh, auf das Amulett drauf, ist in dem Fall, wenn drei Gegner im Umkreis sind, machen wir 20% mehr Scharen, was auch sehr geil wäre, wäre Berserkerwut oder Aberglaube, ähm, ja, Waffenpräsenz, also einer der Skills, die wir hier drin haben, wäre natürlich noch sehr geil, da können wir den nämlich austauschen gegen einen, den wir noch benötigen. Ansonsten, ja, also wie gesagt, ist es nicht so unbedingt notwendig, da jetzt einen besonderen drauf zu haben, sondern es gibt mehrere schöne, wichtig ist hier der Scharen, ne, ganz wichtig. Kommen wir zu den, äh, legendären Edelsteinen, haben wir hier Gabe des Sammlers, das ist ganz wichtig, wenn ihr Netherland-Portale macht, denn, äh, durch Gabe des Sammlers bekommen wir übrigens im, äh, Goblin-Portal Chancen von 73, beziehungsweise x Prozent, je höher der Stein ums besser, ne, dass ein getöteter Gegner eine Gold-Explosion verursacht, das ist relativ zweitrangig, wichtig ist hier, erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit zwei Sekunden lang um 30%, nachdem ihr Gold aufgesammelt habt. So, das heißt, äh, mit dem Stein sorgen wir dafür, dass die Gegner permanent im Gold zerplatzen und dadurch, dass wir das Gold aufsammeln beim Laufen, äh, sind wir auch um 30% schneller. Dann haben wir hier, äh, verdärmende Gefangenen, erhöht den Schaden gegen, äh, Gegner, die von Kontrollverlust-Effekten betroffen sind um 36%, was für Kontrollverlust-Effekt ist hier auch der zweite Afix. Achtung, gewährt eine Aura, die die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegner im Umkreis von 15 Metern um 30% reduziert, das heißt, der zweite Afix von diesem Gem, äh, progt automatisch den ersten Afix. Das heißt, man sollte diesen Edelstein natürlich auf Stufe 25 bringen. Und hier haben wir natürlich den Tego, brauche ich nicht großartig vorlesen, ist halt für Damage und Rüstung sehr, sehr wichtig. Kommen wir mal ganz kurz zu den Stats. Achso, natürlich auch hier das Brickator-Set, ganz wichtig, ne. Umso mehr Schaden, umso besser. Bitte legt die, äh, Waffe mit dem höheren Waffenschaden in die linke Seite als Main-Stat, beziehungsweise als Main-Waffe. Dann komplett hier einmal bitte ein, äh, Diamanten reinballern und in die Brust, beziehungsweise Hose natürlich dann Stärke-Steine. So, kommen wir zu den Stats. Hier haben wir natürlich All-Rest und Abklingzeit-Reduktion. Auf die Handschuhe haben wir im Idealfall Kritschaden, Kritschaden zur Angriffsgeschwindigkeit. Man muss hier dazu sagen, Wirbelwind, ich brauche es euch, glaube ich, nicht erzählen. Wirbelwind ist ein Bild, der sehr, sehr stark von der Angriffsgeschwindigkeit profitiert. Das heißt, umso mehr Angriffsgeschwindigkeit wir haben, umso besser. Umso mehr Schaden machen wir. Die Wirbel, die wir hinter uns herziehen, sind diese hier. Umso höher unsere Angriffsgeschwindigkeit, umso mehr Procs haben die, umso mehr Schaden verursachen die. Deshalb habe ich auch auf den Ring natürlich Angriffsgeschwindigkeit und Kritschance drauf. Und im Idealfall auch noch, ähm, Abklingzeit-Reduktion. Auf dem Amulett Kritschance, Kritschaden. Ideal natürlich noch Elementschaden, äh, Kälte, ne, macht Sinn. Hier haben wir Kritschance drauf und dann Kälte-Schaden. Äh, auf dem Gürtel ist ein reiner passiver, äh, Gürtel. Das heißt natürlich Schaden, Stärke, ach, Schaden, also Stärke gleich, ne, macht Sinn. Äh, Vitalität und, meinen Daumen sieht man gar nicht, ne, so. Oder Always, beziehungsweise dann dazu natürlich noch Leben. Ist aber für die Zähigkeit sehr, sehr geil, weil es gibt keinen Skill, den wir da aktiv nutzen. Dementsprechend nutzt das bitte für die Defensive. Hier, äh, bitte auch ebenfalls das gleiche. Stärke, Vitalität und im Idealfall Always oder, äh, Rüstung spalten. Ich musste leider Sockel draufrollen. Das heißt, da musste ich leider das Ganze ein bisschen umplanen. Aber ihr, wenn ihr die Hose mit zwei Sockeln habt, dann nehmt die natürlich für, äh, defensive Sachen. Ansonsten auf den Helm bitte drauf achten, dass wir Stärke haben, Krit-Chance und Wirbelwind. Bei den Schuhen das gleiche. Stärke, Vitalität, Bewegungsgeschwindigkeit und Wirbelwind. Ne, ganz wichtig. Das war's schon. Relativ simpel erklärt. Kommen wir zum Paragon-Punkten. Hier gehen wir komplett auf insgesamt 25% Bewegungsgeschwindigkeit. Ich hab 10% auf meine Schuhe. Das heißt, 15 hole ich über die Punkte rein. Gibt insgesamt 25. Mehr geht nicht, äh, von den Punkten her. Das heißt, das macht keinen Sinn, da mehr reinzuballern. Den Rest hauen wir auf Stärke. Schaden optimieren, liebe Leute. Bei der Offensive gehen wir komplett auf, ähm, Angriffsgeschwindigkeit, Abklinzzeit, Reduktion und dann abwechselnd Chance und Schaden. Bei der Defensive gehen wir komplett auf All-Rest, dann Leben, Lebensregeneration, Rüstung. Und bei Abenteuer gehen wir komplett auf Ressourcenkosten, Reduktion, Flächenschaden, Leben pro Treffer, Goldfund-Bonus. Das war's schon. So, kommen wir mal zum Bild an sich. Wie gesagt, sehr, sehr einfach gehalten. Da brauche ich auch nicht viel erklären. Das ist alles selbsterklärend. Das sind einfach reine Buffs, die unseren Damage hochziehen. Kampfrausch mit Blut vergießen. Wirbelwind mit Orkan. Warum Orkan? Wie gesagt, einfach um da die Gegner heranzuziehen zu uns, dass wir nicht unbedingt immer so viel Zickzack laufen müssen. Sondern wir gehen gerade durch und die Gegner kommen zu uns. Das heißt, wir ziehen die Gegner zu uns und durch die Raufbold-Armschienen machen wir nochmal bis zu 30% mehr Schaden. Drohruf mit Verunsichern bringt einfach den Vorteil, dass wir, äh, ja, das Gegner innerhalb von, also, ne, in 6 Sekunden oder 6 Sekunden lang 25% mehr Schaden erleihen. Auch hier Damage-Optimierung. Sprint mit Marathon einfach für die Bewegungsgeschwindigkeit. Ich zeige euch das nochmal. Ist die 2. Jetzt procke ich nochmal die 3 wegen Gürtel und schon sind wir nochmal schneller. Und, äh, das sollten wir nutzen, liebe Leute. Dann haben wir hier nochmal Zorn des Berserkers. Mit Wahnsinn ist klar für Elite-Packs oder Guardians. Einfach um das Ganze schneller zu machen. Dann haben wir Gnadenlos, Waffenmeister, Gabe von Bekatos oder Tobsucht. Ähm, ich habe unter dem letzten Video, äh, äh, ein Kommentar gehabt, warum Waffenmeister, äh, mit Bekatos hat man doch eh die Probleme. Doch. Das heißt, umso mehr Angriffsschwindigkeit du hast, umso schneller verbrauchst du deine Wut. Das heißt, du kommst auch an einen Punkt, wo irgendwann die, äh, Ressourcenprobleme auftreten. Das heißt, ich habe jetzt hier in meinem Fall 1,87 Angriffe pro Sekunde. Umso mehr, umso mehr Wut verbrauchen wir pro Sekunde. Das heißt, ich nehme auf jeden Fall Waffenmeister mit rein, weil sonst habe ich einfach ein Wutproblem. Trotz des Bulkathos-Set. Dann haben wir Gabe von Bulkathos und Tobsucht. Ende vom Lied, äh, Ende von der, ja, von der Fahnenstange, Ende vom Lied. Okay, ich habe gerade gesagt, wir müssen noch eine Änderung vornehmen, wenn wir, äh, Grifts oder halt, äh, Rifts machen. Und zwar, wenn wir Rifts machen, lassen wir, ähm, hier den, die Gabe der Sammlers drin. Wenn wir aber Grifts machen, denn in Grifts droppt kein Gold. Ne, ist klar. In, äh, in den Grifts droppen wir aber gar nichts. Das heißt, da müssen wir hier die Gabe der Sammlers austauschen gegen Lichtkranz. Hat denselben Effekt, außer dass es halt nur 25% Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Ne, das heißt, wir verringern sie zu, oder wir haben einen Einbuß von 5%. Deshalb macht es halt Sinn, bei normalen, äh, Nephalem-Portalen halt, Gabe des Sammlers zu nutzen, weil da haben wir 30%. Jetzt machen wir mal ganz schnell, um das Ganze nochmal zu zeigen, einmal einen Nephalem-Rift. Für die, die das gar nicht interessiert, könnt ihr einfach wegschalten. Das war der Bildschirm. Relativ simpel, wie gesagt. So. Dann gehen wir zum Gegner. Drücken dann einfach direkt einmal die linke Maustaste, um hier Kampfrausch zu zünden. So, machen wir ganz kurz ein bisschen leiser, ich höre mich selber gar nicht. Mache ich jetzt lauter? Ja, ich mache lauter. So, okay. Einmal linke Maustaste und dann 1, 2, 3 und dann geht es auch schon los. Dann können wir nochmal die 4 reinhauen und dann, wie gesagt, einfach nur durchwirbeln. Elite-Packen müssen wir 1, 2 Sekunden länger wirbeln, das ist klar, aber eigentlich relativ easy. Und dann geht es einfach nur richtig dezent durch. Die 1, 2 und 3 immer wieder reinhauen, immer wieder nachballern, ne? Ganz, ganz wichtig. Weil es sind, wie gesagt, eure Damage-Buffs, die wir dann nutzen. Da ist schon das erste Legendary. Gehen wir hier einmal rum. Sammeln wir nochmal ganz dezent auf. Eine Obrikatas-Waffe, nice. Das könnte, vielleicht ist so uralt, schauen wir mal. Oh. Ich bin schwer verletzt. Mein erstes Mal, da ich gestorben bin. Wow. Ich habe das Ding jetzt ungefähr eine Stunde gespielt und kann letztendlich mehr gestorben. Jetzt hier natürlich live im Let's Play oder live im Video. Natürlich erstmal schön krepieren, warum auch nicht? Ihr seid ganz schön ekelhaft gerade, muss ich mal sagen. Okay, es geht weiter. So. Wenn ihr defensive Probleme habt, ne? Dann könnt ihr übrigens auch hier, ähm, die Ausweichruhne reinnehmen. Oder wenn ihr Wutprobleme habt, natürlich auch die Wutruhne bei, ähm, bei, bei, bei Kriegsschrei. Habe ich vergessen zu erwähnen. Magst du nicht einfach sterben? Dankeschön. So, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt hin müssen, wo die nächste Ebene ist. Aber wie gesagt, ihr seht, die Gegner ziehen wir super ran. Wir brauchen gar nicht zu den Gegnern großartig hingehen. Sondern sie werden einfach zu uns gesogen. Und sterben dann einfach instant. Und das ist das Geile dabei. Natürlich jeder Vorteil doch nebenbei, dass wir schön Gold machen, ne? Wenn ihr Goldprobleme habt, ist das natürlich umso besser. Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt, äh, ja. Also Gold ist bei mir jetzt natürlich zweitrangig. Ich habe jetzt hier, äh, knapp elf Milliarden. Man, da brauche ich da nicht unbedingt Wert drauflegen. Ist halt ein netter Nebeneffekt, den man hat. Man kann natürlich auch noch hier den, äh, Gürtel rausnehmen gegen eine, ähm, Goldhaut. Ach, gegen hier, äh, Goldträger ersetzen. Das heißt, in dem Fall, ich mache das mal ganz kurz einfach zu zeigen. Ich setze den rein. In dem Fall, Gold erhöht unsere Zähigkeit. Und so sind wir halt, ja, unsterblich. Wenn ihr da Probleme haben solltet, macht das so. Ist natürlich eine Möglichkeit, um hier das Ganze nochmal zu, äh, besser zu stehen, zu überstehen. Aber ihr verliert natürlich auch, äh, Bewegungsgeschwindigkeit. Das heißt, ihr seid ein bisschen langsamer. Und das ist natürlich dann, muss man abwägen, was da besser läuft. Könnt ihr für euch selber entscheiden. Ich nehme einfach wieder, äh, die Kette rein. Bringt bei mir effektiv einfach mehr. So, Platz mal bitte. Wo ist er hin? Hat sie unsichtbar gemacht. Ja, ich warte jetzt nicht auf den. Das dauert einfach zu lange. Das heißt, wir gehen einfach zur nächsten Ebene. Und wie gesagt, einfach die 1, 2, 3 permanent reinpushen. Immer wieder schön nachbuffen. Bringt euch, wie gesagt, richtig schön Schaden. So, Schild nehmen wir mit rein. Dann ziehen wir auch schon weiter. So, da haben wir noch eine Verbindungsschreien. Das läuft natürlich. Nehmen wir mit rein. Zack. Und wie gesagt, ein wirklich schöner Brain-AFK-Bild, ne? Weil ihr braucht wirklich nur die Tasten 1 bis 3 zum Buffen. Oder halt bei Elite-Packs nochmal schön die 4 reinhauen. Ansonsten ist das Ding schon gegessen. Also, das ist so ein simpler Bild. Wie gesagt, die zu guten alten Zeiten, da hat man auch nicht mehr gebraucht. So, Guardian. Hast du Lust? Da ist er schon. Nice. So, ich habe gerade schon meinen Bärsi gezündet. Dementsprechend ist er gerade aktiv. Dann brauchen wir uns hier einfach nur noch 1, 2, 3, 4 mal rumwirbeln. Und ja, die Staubteufel machen den Rest. Das war's. Also, ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt für den Rift gebraucht. 2 Minuten, 2,5? Geschätzt. Ich weiß es nicht. Wir schließen den mal. Und dann machen wir nochmal ganz schnell einen Rift. Auf 45er-Basis. Das ist natürlich optimal, um Steine hochzuleveln. Oder Equipment zu farmen. Blutsplitter zu farmen. Machen wir hier einmal zu. Dann gehen wir einmal zur guten alten, zum Shen. Ich denke mal, das ist eine Frau. Ist sie gar nicht. Nehmen die Gabe der Sammler raus. Setzen dafür dann einen Lichtkranz rein. Wie gesagt, hat er den Vorteil, dass wir nicht auf das Gold angewiesen sind. Ich nenne das mal schnell. Vielleicht finden wir jetzt hier eine schöne, uralte Brikathos. Das wäre natürlich episch, ey. Ich habe es auch schon im Uralte, aber die ist noch ausbaufähig. Alter, dein Ernst? Ist das dein Ernst, Blizzard? Fett. Mal eben so eine Waffe gefunden, die ein bisschen besser ist. Nice. So viel Glück muss man erstmal haben, ey. Geil. Okay. So, Lichtkranz haben wir drin. Ich werte einfach mal auf, um meine Kohle loszuwerden. Und dann dasselbe. 1, 2, 3. Lige Maustaste einmal reinmachen. Und dann geht es hier richtig schön weiter. Wie gerade auch. Elite-Pack, wie gesagt, muss man immer ein bisschen länger. 1, 2 Sekunden. Jetzt hat er natürlich eine Bubble drum. Okay. Und weiter geht's. Und dann einfach nur richtig schön durch. Und dann geht's durch. So. Da schon nächste Ebene. Gehen wir einmal rein. Ihr seht schon, Lichtkranz der Proc sehr regelmäßig. Das heißt, da habt ihr überhaupt keine Probleme. Also auch hier habt ihr permanent die 25% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Und die 5% fallen eigentlich kaum auf. Machen halt im Endeffekt nur ein paar Sekunden aus. Könnte man darauf verzichten. Aber wie gesagt, ich bin halt da eher so der effiziente Mensch. Und sehe zu, dass sich alles mitnehmen, was geht. Und das ist halt das Wichtige dabei. So. Oh, die nehmen wir noch mit. Ne, ganz wichtig. Zack, zack, zack. Da haben wir eine Elite vergessen, sehe ich gerade. Können wir jetzt nochmal rumlaufen. So. Lassen sie kurz explodieren. Und dann holen wir uns nochmal ganz schnell unsere Kügelchen. Den Proc lassen wir nicht liegen. Wo müssen wir denn lang? Ich gucke mal ganz kurz. Magst du sterben? Nice, danke. Gehen wir hier einmal rum. Level up. So, holen wir uns noch die Kügelchen auf der Seite. Achso, ich habe gedacht, da liegt noch was. Aber nein. Ich habe mich einfach verguckt. Ab und an müsst ihr natürlich ein Auge drauf haben, hier auf Kampfrausch, dass der nicht ausläuft. Aber wie gesagt, ihr habt in der Regel für den zwei Minuten Zeit. Und innerhalb der zwei Minuten haben wir natürlich hoffentlich auch den Griff erledigt. Dementsprechend läuft das. So, hier sind unsere Kügelchen. Zack, einmal weiter in die nächste Ebene. Und dann geht es hier einmal ganz dezent weiter. Und ihr seht, das ist halt schnell erledigt das Ding. Da brauche ich gar nicht viel erzählen. Das Video geht jetzt 16 Minuten. Da haben wir schon einiges geschafft. Ich glaube, das ist Quatsch schon mal das längste, was wir benötigt haben. Und somit wünsche ich euch viel Spaß. Hier mit dem Bild, wie gesagt, wieder ein schöner Wirbelwind auf Brain-FK-Basis. So, dass wir da überhaupt keine Probleme haben. Und dann sollte er jetzt auch schnell Guardian erscheinen. Hauen wir nochmal schnell Bersi nach. Und dann schicken wir ihn nochmal ganz schnell zurück ins Jenseits. Nice. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und optimal natürlich auch noch ein schönes Abo. Würde mich riesig freuen für die nächsten Bills. Wir sehen uns. Gutes gelingen. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.